Hi, mein Name ist Tom Corliss, ich bin 28 Jahre alt, ich bin Content Creator auf Instagram im Fashion-Bereich und ich hatte gerade meine Haartransformation bei Elite Hair in Istanbul. Ich habe mich für Elite Hair entschieden, weil ich einfach relativ schnell herausgefunden habe, als ich danach gesucht habe, dass Elite Hair der Marktführer ist und weil ich einfach von Freunden auch schon super Erfahrungen darüber gehört hatte und dann wollte ich es auf jeden Fall auch selber ausprobieren. Ich habe jetzt schon seit ich ungefähr 20 bin Haarausfall, am Anfang fing es mit den Geheimratsecken an, dann ging es immer weiter oben auf das gesamte Deckhaar, es wurde immer lichter und ich habe mich einfach nicht mehr gerne morgens im Spiegel angeguckt, das Style hat ewig gedauert, man musste immer kaschieren. Auch beim Friseur den Haarschnitt so wählen, darauf hatte ich einfach keine Lust mehr, deswegen habe ich mich dann entschieden auf jeden Fall eine Haartransformation zu machen, ich bin mit dem Ergebnis, stand jetzt erstmal mega zufrieden, die Behandlung lief super gut, ich habe überhaupt keine Schmerzen gespürt, ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich war in guten Händen, ich konnte jederzeit essen, jederzeit was trinken, also die Behandlung hätte für mich so nicht besser laufen können. Ich warte jetzt nur noch das Ergebnis ab, ich bin jetzt erstmal heute auf der Rückreise, dann wird Woche für Woche man anfangen die Haare zu säen, wenn die Krusten ab sind und dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze in drei Monaten aussieht und vor allem in einem Jahr und wenn es dann wirklich vollkommen verheilt ist, aber so wie ich das jetzt sehe, denke ich, das wird auf jeden Fall besser sein und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Musik Musik